Es war Mallory Kingsley und für ein vermisstes Mädchen gab es bei ihr nicht viel zu vermissen. Überrascht? Wusstest du, dass heute mein Geburtstag ist? Herr Detektiv, es ist kein Traum, es ist wahr. Alles, was sie sehen, ist zum Greifen nah. Such nach mir, such mich hier. Der Auftrag hieß für sie, finden sie Mallory, hat mich versteckt bei dir. Die ist so nah. Vergeblich suchten sie fast überall, weil Daddy mich gern wieder hätt. Und wie von selbst löst sich nun dieser Fall, denn ich sitz hier in ihrem Bett. Ein bisschen Risiko, bald brennst du lichterloh. Fordere mich doch heraus, etwas Mut. Denn ich tue dir gewöhnt, bin ich zusammen, doch zu verwöhnen. Denn alles so gut als ihr. Amen.